Ein neuer König, eine neue Ära, eine Legende aus alten Zeiten. Ich möchte euch hier an der Tafelrunde begrüßen. Das Abenteuer geht weiter. Los, Angriff! Wir haben unruhige Zeiten. Wenn ihr ihn umbringen wollt, müsst ihr zuerst mich umbringen. Merlin! Jetzt, mehr denn je, bist du es. Du allein, der König Arthur, beschützt. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Merlin. Die neuen Folgen. Ab nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr.